In Australien ist Halloween wichtiger als Ostern, Sommer- und Weihnachtsurlaub sind das gleiche, zum Skifahren geht's im Juli nach Neuseeland, die Adventszeit gibt es gar nicht und von Pfingsten hat auch noch nie jemand was gehört. Seid ihr bereit für ein ganz normales Jahr in Australien? Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit über 15 Jahren in Australien und abonniert gern diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Neujahr, Karneval, Ostern, Sommerurlaub, buntes Herbstlaub, St. Martin, Advent, Weihnachten, also die meisten Jahre in unserem Leben in Deutschland laufen ja schon nach einem gewissen Rhythmus ab und in Australien gibt es einen solchen Jahresrhythmus natürlich auch, aber er ist ganz anders und man muss ihn kennen, um sich nicht zu blamieren, um Probleme beim Aufenthalt zu vermeiden und um auch zur richtigen Jahreszeit am richtigen Ort zu sein, ganz egal, ob man Urlauber, WHVler, Expert oder dauerhafter Auswanderer ist. Let's go! Und wir beginnen im Januar. Der Januar steht ganz im Zeichen der Ferien. Bis zum 15. passiert hier eigentlich nicht viel. Annual Shutdown nennt man das. Viele Firmen machen einfach überhaupt nichts und wenn ihr einen Handwerker braucht in der Zeit oder euer Auto reparieren lassen wollt, dann würde ich es gar nicht erst versuchen. Hier kann man wirklich nur es genauso machen wie die Ossis auch. Urlaub machen und dann Mitte Januar mal daran denken, wie man das Jahr angeht. Übrigens beginnt diese Pause oft schon Mitte Dezember. Das sind also wirklich vier Wochen, in denen man produktive Arbeit total vergessen kann, wenn man dabei von anderen Leuten abhängig ist. Es gibt auch die Heiligen Drei Könige als Feiertag, nicht im Januar. Und auch andere christliche Feiertage wie Himmelfahrt von Leichnam oder Pfingsten später im Jahr sind komplett unbekannt, sind auch keine gesetzlichen Feiertage. Hier gibt es ein anderes Verständnis der Trennung von Religion und Staat. Ist auch nicht perfekt, aber ich finde es ziemlich gut, dass es hier wenige religiöse Feiertage gibt. Einen Feiertag gibt es im Januar, das ist der Australia Day. Das ist traditionell ein sehr wichtiger Feiertag, bei dem sich große Gruppen mit vielen Flaggen und patriotischen Merchandisern in Parks oder zu Hause zum Barbecue treffen. Wird aber mittlerweile kontroverser gesehen, weil es nämlich der Jahrestag der Landung der ersten Flotte im Jahr 1788 in Australien ist. Und natürlich war das auch der Beginn des Völkermordes an den Aboriginals. Und deswegen ist das heute ein sehr kontroverses Thema. Und viele Leute feiern diesen Feiertag aus diesen Gründen nicht mehr. Außerdem findet im Januar hier das Australian Open statt. Grand Slam Tennis Turnier jährlich in Melbourne. Wird auch hier eifrig darüber berichtet. Und wenn ihr hier dauerhaft wohnt, sollte man vielleicht noch beachten, dass im Januar sich die Allowances in den privaten Krankenversicherungen erneuern. Das ist kein so spannendes Thema. Aber wenn es euch interessiert, dann schreibt mal einen Kommentar und dann machen wir mal ein Video über das Thema Versicherung. So, jetzt kommen wir zum Februar. Februar ist safe erstmal kein Karneval, aber Australier mögen Kostüme. Es gibt Kostümläden überall und die werden zum Beispiel an Halloween oder auch auf Dress-Up-Partys verwendet. Wichtiger ist im Februar der Valentinstag. Und egal was ihr verschenkt, ob Blumensträuße, Teddys, Schokolade etc., unbedingt eine Karte dazulegen, ohne braucht ihr gar nicht erst aufmarschieren. Es muss auch eine gute Karte sein, also 5 bis 10 Dollar könnt ihr da schon investieren. Das ist einfach so ein kultureller Ritus, der dazugehört. Und bitte nicht selber basteln. Das ist kulturell absolut nicht akzeptiert. Und ihr kommt dann eher so als Cheap Shit rüber, also als Geizkragen. Kommen wir zum März. Osterzeit. Dazu muss man sagen, Ostern ist nicht sehr wichtig in Australien. Es gibt kein Osterlamm, es gibt auch keine Zweige mit Weidenkätzchen. Viel weniger Rituale als in Deutschland. Es ist primär erstmal ein langes Wochenende. Freitag bis Montag ist frei. Das ist für die meisten Australier schon toll genug. Da brauchen sie keine Eier mehr zusätzlich. Hier gibt es weniger Urlaubstage im Jahr und entsprechend freuen sich die Leute einfach wahnsinnig, dass sie mal ein paar Tage nicht zur Arbeit müssen. Beim Thema Süßigkeiten fällt mir aber ein, es gibt die Hot Cross Buns. Das ist so eine traditionelle Ostersüßigkeit. Rosinenbrötchen mit so einem weißen Kreuz drauf. So einem Christenkreuz aus so einer Mehlmasse. Also so viel zum Thema Trennung, Religion und Öffentlichkeit. Also zumindest die Trennung zwischen Supermärkten und Religion scheint da noch nicht ganz angekommen zu sein. Aber die Dinger sind ganz lecker, also probiert sie mal. Ansonsten beginnt natürlich der Herbst im März, weil wir haben ja umgekehrte Jahreszeiten hier auf der Südtalkugel. Das heißt, es wird kühler. Und das ist eine schöne Sache, um verschiedene Gegenden zu bereisen. Vor allem da, wo sich eben die Belaubung der Bäume ändert. Zum Beispiel die Grampians oder Teile von Tasmanien, das Victorian High Country und so weiter. Das ist schon sehr sehenswert, wenn ihr es schafft, da mal im Herbst hinzukommen. Hier in Queensland, wo ich wohne, ist der Unterschied nicht so krass. Wir sind ja hier im subtropischen Bereich und hier sind die Bäume halt immer grün. Und ja, es wird aber kühler. Das ist schon mal angenehm. Immerhin. Auch finden viele große Festivals statt in der Zeit. Zum Beispiel hier das Melbourne Food & Wine Festival, die Royal Easter Show in Sydney. Und für alle, die Tiere leben, gibt es in Bundaberg in Queensland die Möglichkeit, den Schildkröten beim Schlüpfen am Strand zuzuschauen. Das ist eine beliebte Touristenattraktion. Also wenn ihr in Queensland seid, dann schaut doch mal vorbei. Weiterhin ist das auch eine gute Jahreszeit, um die Strände an der Gold Coast, in Byron Bay oder an der Sunshine Coast zu genießen, weil es eben weder zu heiß ist noch zu kalt. Okay, kommen wir in den vierten Monat, den April. Im April gibt es den Anzac Day. Das ist ein nationaler Gedenktag. Der gedenkt prinzipiell allen Veteranen, aber geht prinzipiell erstmal zurück auf das Engagement der Australier im Ersten Weltkrieg. Weil am 25. April 1915, da war der erste Tag einer Militäraktion von australischen, neuseeländischen und Truppen aus Tonga im Ersten Weltkrieg. Da sind die in Gallipoli gelandet. Das ist eine zur Türkei gehörende Halbinsel. Warum ist das kulturell so signifikant? Naja, Australien hat damals 330.000 Soldaten dahin geschickt, 60.000 wurden getötet und in Australien haben halt damals nur vier Millionen Leute gewohnt. Das heißt, das wäre halt etwa so, wie wenn jetzt in Deutschland acht Millionen Leute in den Krieg ziehen und zwei Millionen ums Leben kommen. Also schon signifikant und da wird auch heute immer noch dran gedacht. Vor allem mit dem Dawn Service. Das ist so ein Gedenkgottesdienst, der ganz früh morgens stattfindet. Dazu lustige Anekdote. In diesem Jahr hatte man es nämlich in Sydney total verkackt. Da hat man nicht nur den Dawn Service genehmigt als öffentliche Veranstaltung in einem großen Park, sondern auch gleichzeitig im gleichen Park nur 100 Meter weiter ein Heavy Metal Festival. Ich frage mich, wie versöhnlich und wie romantisch ist ein D-Morgen zum Gedenkgottesdienst wohl wert? Der Mai. Im Mai wird es noch kühler. Es gibt natürlich keinen Maibaum oder sowas. Das ist eine rein deutsche Sache. Es gibt allerdings wieder verschiedene Festivals. Generell muss man sagen, dass viele Dinge hier im Winter geschehen, weil es einfach tagsüber erträglicher ist. Wer hat schon Lust, irgendwie bei 35 oder 40 Grad draußen rumzurennen? Also viele Events finden wirklich in den Wintermonaten statt. Das könnt ihr euch fürs Reisen auf jeden Fall mal merken. So, gleich weiter in den Juni. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, Wintersport zu betreiben, zum Beispiel in den Snowy Mountains. Lohnt sich das? So, so. Ich habe neulich mit einem Skiprofi gesprochen. Der sagt also, weltweit sei schon Österreich am besten zum Skifahren. Und Australien ist da eher so, ja, klein, klein im Vergleich. Aber es ist immerhin mal interessant. Und vielleicht ist es ja auf eurer Bucketlist auch drauf, einfach mal in Australien Ski zu fahren. Wenn die Kälte nicht so deins ist, dann fährst du einfach ins Northern Territory. Da ist immer noch schön warm. Aber es ist erträglich und es ist gerade Buckelwalsaison. Du kannst ja diese Tiere bei Bootstouren beobachten. Das ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Und wer schon in Australien wohnt und arbeitet, für den ist auch das Ende des Monats wichtig, weil Ende Juni endet das Steuerjahr. Und da passieren einige Dinge, zum Beispiel Abschreibungen sind dort wichtig, wenn du selbstständig bist. Es gibt ein Tax Return. Du musst mit deinem Steuerberater reden und so weiter. Und alles resettet sich. So, kommen wir zum Juli. Im Juli findet State of Origin statt. Das ist ein ganz wichtiges Rugby-Spiel zwischen New South Wales und Queensland. Wirklich eines der prestigeträchtigsten Rugby-League-Events in Australien und zieht eine sehr große Fangemeinde an. Wer sich blau kleidet, der hofft auf einen Sieg von New South Wales. Und wer Weinrot trägt, der routet für Queensland. In der ersten Juli-Woche ist außerdem die Nidog Week. Das ist eine Woche, in der die indigene Kultur, die Geschichte und ihre Errungenschaften sehr vielfältig gefeiert werden. Wenn ihr euch für die Kultur der Aboriginals interessiert, sagt Bescheid, dann mache ich dazu mal ein Video. Es gibt schon eins zum Thema gescheiterte Volksabstimmungen zu indigenen Rechte. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Okay, 8. Monat, der August. Tipp für Westaustralien, wenn ihr gerade da seid. Hier ist die Wildblumensaison. Da blüht also die Wüste. Sehr, sehr zu empfehlen. Es finden weiterhin viele Festivals statt. Zum Beispiel die Royal Queensland Show, die sogenannte Äcker in Brisbane. Und auch eine Vielzahl von anderen Festivals in ganz Australien, wie das Darwin Festival zum Beispiel. Gleich weiter in den September. Jetzt beginnt der Frühling. Und vielerorts blühen jetzt eben hier die Bäume und die Blumen. In der Wildtierwelt gibt es Nachwuchs. Koalas und Kängurusjoey schlüpfen aus ihren Beuteln. Und für viele Touristen ist das die beste Jahreszeit, weil es kühl ist. Es ist bunt. Und man hat das Gefühl, dass die Landschaft so zum Leben erwacht. In der Australian Football League gibt es hier das Grand Final, das Finale der australischen Football-Saison. Fragt mich nicht, was das genau bedeutet. Ich habe da wirklich überhaupt keine Ahnung von. Es stressiert mich auch überhaupt nicht. Ich packe es hier einfach mal rein, weil ich denke, dass es schon einige Fans von Ballsportarten hier unter den Zuschauern gibt. Aber ja, mich könnt ihr eigentlich damit jagen, muss ich sagen. Vor allem mit Rugby. Und Cricket auch, wo wir schon davon reden. Okay. Oktober. Am 31. Oktober ist Halloween. Kein traditionelles Fest, aber extrem wichtig mittlerweile. Wichtiger als Ostern. Und es ist auch einfach sehr australisch. Kostüme, albern sein, Familie und Kinder irgendwie zusammenbringen. Es ist auch nicht religiös, was sehr wichtig in Australien ist, weil wir so multikulturell sind. Man kann hier nichts feiern, was religiös ist. Dazu gibt es zu viele Religionen. Und Halloween ist da einfach super integrativ. Alle haben Spaß, alle albern rum. Und das ist wirklich ein ganz toll organisiertes Event hier in Australien. Jetzt zum November. Am 1. Dienstag im November ist der Melbourne Cup Day. Das ist das höchste langstreckend Pferderennen der Welt. Der Gesamtpreis des Melbourne Cups beträgt über 8 Millionen Dollar. Von denen geht gut die Hälfte an den Sieger. In Australien ist das fast schon Feiertag. Viele Büros machen schon vormittags zu. Ist natürlich kontrovers. Also aus Tierschutzperspektive ist diese ganze Pferderennensache eine Katastrophe, kann ich euch sagen. Aber okay, das ist so ungefähr wie der Stierkampf in Spanien. Da kann man mit Australien einfach nicht drüber reden. Ja, wird einfach so hingenommen. Okay, kommen wir zum Dezember. Jetzt wird es wieder richtig heiß und schwül. Und in den tropischen Regionen wird es auch richtig ungemütlich. Die gefährlichen Würfelquallen sind wieder im Meer aktiv. Und in vielen Gegenden sollte man nicht schwimmen. Oder nur mit Schutzkleidung. Naturkatastrophen kommen jetzt wieder von allen Seiten. Also Feuer, Überflutungen, Hitzewellen, verbunden mit Evakuierungen, Zerstörung von Grundstücken und so weiter und so fort. Also im Dezember und Januar wird es echt richtig wild in Australien. Übrigens gibt es keine Adventszeit. Auch keine Schokoladen-Adventskalender, keine Weihnachtsmärkte, keine Adventsgrenze, keine Kerzenständer in den Fenstern. Also der ganze Dezember steht nicht im Zeichen von Weihnachten. Das geht erst wirklich am 24. los. Aber wir haben die gleiche Symbolik wie in Deutschland. Also alles so Rot, Grün, Silber, Rentiere, Weihnachtsmann, bla bla. Das gibt es hier ganz genauso. Und man schmückt natürlich seine Häuser sehr gern. Da gibt es hier diese krassen Christmas-Houses, wo alles wahnsinnig überbeladen ist. Ja, dann kommt Silvester. Silvester darf kein Feuerwerk abgehalten werden, nur organisierte Feuerwerke von der Stadt. Privat ist das strengstens verboten. Das macht natürlich auch Sinn, wenn man hier daran denkt, dass das Wetter so rough ist und es so heiß und so trocken ist. So, das war ein Blick durch das gesamte Jahr in Australien. Die Jahresuhr steht niemals still. Das hat ja schon der gar nicht creepige Rolf Zukowski gesagt. Und in diesem Sinne möchte ich auch euch einladen, das ganze Jahr in Australien zu erkunden. Wenn ihr Urlauber seid, wenn ihr schon wieder hierher kommt, dann probiert mal eine andere Jahreszeit aus. Und wenn ihr hier als Backpacker, BHVler oder Expert seid, dann kriegt ihr sowieso alle Jahreszeiten mit. Aber nutzt auch die Chance, mal in andere Teile Australiens zu gehen, als nur euren Wohnort. Es gibt viel zu entdecken. Und es macht wirklich Sinn, auch seine Reisen, seine Rundreisen so ein bisschen nach den Jahreszeiten auszurichten. Okay, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, dann lasst bitte einen Kommentar da und natürlich ein Like. Das würde mich sehr freuen. Das hilft dem Algorithmus. Und dann kann ich wie immer mehr Content produzieren, der euch auch interessiert. Ich bedanke mich an dieser Stelle und bis bald.